Jetzt versuche ich es trotzdem noch einmal. Hoffentlich nicht gegen den gleichen. Weil der weiß sonst, dass das passiert. Der andere hat mich als Cheater beschämt für die voll, komplett sinnlose Taktik. Der andere hat mich als Cheater beschämt für die voll, komplett sinnlose Taktik. Jetzt sind wir wieder gefragt, wie es das aus GDI gekannt hat. Neue Bauoptionen. Wird gebaut. Konstruktion fertig. Neue Bauoptionen. Wird gebaut. Konstruktion fertig. Konstruktion fertig. Neue Bauoptionen. Wird gebaut. Jawohl, Sir. Geht klar zu hören. Konstruktion fertig. Neue Bauoptionen. Wird gebaut. Jawohl, Sir. In Ordnung. Konstruktion fertig. Wird gebaut. Jawohl, Sir. Breche auf. Bestätigung. Vielleicht hätte ich auch das Selective halt schauen. Ob der Gegner GDI spielt und nur dann quasi in Heddy Rush probieren. Konstruktion fertig. Weil das siehst du ja anscheinend ebenst rechts oben auf Verklicken. Einheit verloren. Das stimmt, ja. Gestoppt. Abgebrochen. Deswegen du hast das ja jede Runde. Konstruktion fertig. Also. Auf Verklicken. Jawohl, Sir. Breche auf. Konstruktion fertig. Jawohl, Sir. Wird gebaut. Einheit verloren. Bestätigt. Jawohl, Sir. Konstruktion fertig. Jawohl, drum. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Bestätigt. Jawohl, Sir. Einheit verloren. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Bestätigt. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Einheit verloren. Einheit verloren. Einheit verloren. Jawohl, klar. Bestätigt. Einsatzziel erreicht. Da war ein Chat einfach eigentlich für Mottefuck. Also es hat funktioniert. Ja, voll. Keine Versourcen gesammelt. Nichts gemacht. Bevor er die War Factory hat, bin ich mit sieben Hubschrauber schon umgeflogen. Bereits, zurück die Base sofort. Dann haben sie auch noch schon wieder Fogeln kommen wieder zurück. Das ist ein ständiger Attack von Hubschrauber. Das ist... Richtig, richtig sick. Du kannst noch hoffen, du hast irgendwo was weit weg gebaut. Das, was du noch nicht gescoutet hast. Ja, das Ding ist, das Match ist in zwei Minuten vorbei.